Im Herzen Berlins liegt ein Restaurant mit Charme und besonderem Flair. Das Wirtshaus Alte Stadtmauer. Die Gaststätte hat sich auf die Bewirtung von Reisegruppen spezialisiert und wird außerdem gerne von Vereinen und Unternehmen für verschiedenste Veranstaltungen wie Jubiläen oder Firmenfeiern gebucht. Dazu stehen den Gästen ausreichende Parkmöglichkeiten und 180 Sitzplätze auf zwei Ebenen zur Verfügung. Auch für Hochzeitsfeiern bildet das Restaurant, das sich in unmittelbarer Nähe des berühmten Roten Rathauses befindet, den idealen Rahmen. Das Wirtshaus Alte Stadtmauer bietet leichte bürgerlich-deutsche Küche auf qualitativ hohem Niveau und begeistert mit einfallsreichen Menüvorschlägen und saisonalen Produkten. Das Angebot reicht von der berühmten Berliner Bratwurst bis hin zu Fischgerichten und delikaten Steaks. Erleben Sie die Gastfreundschaft Berlins im Wirtshaus Alte Stadtmauer. Weitere Informationen finden Sie auf www.alte-stadtmauer.com www.alte-stadtmauer.com www.alte-stadtmauer.com